Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wing Commander 2, der zweiten sozusagen. Ähm, ja, wir haben auf unserer letzten Patrouille Karatis getroffen, das war unerwartet für alle Beteiligten, aber wir haben uns wacker geschlagen und, ähm, ja, jetzt geht es in die nächste Mission, schauen wir mal, was heute so auf dem Programm steht. Ich weiß es schon, mir ist eben meine DOS-Box verreckt, deswegen müssen wir das nochmal aufnehmen, aber, hey, ähm, dort kriege ich mich schon hin, hey, okay, bis gleich. So, da ist der Comroom, da machen wir ja momentan unseren Job, hatten wir eben schon angekündigt. Zernavon Station, an das hereinkommende Schiff, Vektor Alpha 7 Epsilon, bitte identifizieren Sie sich, ich wiederhole, hereinkommende Schiff, identifizieren Sie sich. Mayday, Mayday, Station Zernavon, hier ist die TCS Concordia, wir werden von keratischen Jägern verfolgt. Wie ist der Status Concordia? Unsere Escorten, die TCS Beowulf wurde zerstört, unsere Hangare sind beschädigt, wir können keine Jäger starten. Wir brauchen unmittelbar Unterstützung, Zernavon. Verstanden Concordia, wir starten unsere Jäger. Achtung an alle Kampfstationen, das ist keine Übung. Captain Norwood, Bericht. Ich komme gerade von deiner Patrouille zurück, BrowserXL, was passiert da gerade? Nicht landen, Liz, ich starte und treffe dich im All. So, dann geht's hier jetzt mal los. Und helfen wir der Concordia mal so ein bisschen aus der Patsche. Jawohl, Shadow, das weiß ich selber. Deswegen werden wir den Kollegen da doch jetzt mal gehörig. Eine... Oh, komm schon, wo bist du? Genau, dich will ich. So, dann geht's. Oh, ah, auu, auu. Ja, schön. Warum gut? Ja, okay, so kann man das natürlich jetzt auch machen. Oh, was haben wir denn da? Äh, bereiten Sie sich vorzulanden, BrowserXL. Ich denke, eure Hangarbase sind kaputt. Verstanden, Concordia. Der Kerl will mit Ihnen sprechen, Sir. Angel, was machst du denn hier? Ich bin der Commander der Concordia-Jägerschwadrone, Larry. Und wie ich das verstanden habe, haben du und dein Wingman uns geholfen? Danke, mein Freund. Ohne dich wäre die Concordia wahrscheinlich zerstört worden. Na, da habe ich aber hier andere Ansichten. Als wir den Hilferuf bekamen, war es das Beste halt eben zu helfen. Ja, ich sehe immer noch, dass du so bescheiden bist wie ihr und je, BrowserXL. Und wer ist dein Wingman? Captain Elizabeth Norwood von InSystem. Und ohne Liz hätte ich es sicherlich nicht geschafft. Sie ist ein guter Wingman. Danke, Captain. Ich mache nur mein Bestes. Ihr habt das beide ziemlich gut gemacht. Ich habe vom Admiral gehört, dass wir gerade soeben eine Freilter ausmanövrieren konnten. Und jetzt, wo ihre Jäger zerstört sind, werden sie es schwierig haben, uns zu verfolgen. Die Freilter hat uns in dem letzten Gefecht fast zerstört. Wir brauchten einige Zeit für Reparaturen, bevor wir sie wieder angreifen können. Ich muss auf die Brücke. Warum treffen wir uns nicht später auf dem Beobachtungsdeck? Ja, darauf freue ich mich schon. Ja, große Augen, mein Freund, ne? Okay. Die Storyline werden wir uns diesmal nicht geben, weil ich habe beim Laden bemerkt, dass er immer wieder versucht, diese alte Storyline zu laden. Das ist dann also nicht weiter schlimm. Das werden wir dann künftig immer am Anfang der Folge machen und nicht am Ende. Ist ja auch kein Problem. In diesem Sinne würde ich dann mal sagen, Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Folge 3. Bis dann. Ciao.